Tag, vor über sieben Jahren habe ich mein erstes Gameplay auf diesem YouTube-Kanal hochgeladen. Und es war ein Arma-Gameplay, genauer gesagt eine Modifikation für Arma 3 namens Breaking Point. Über sieben Jahre und fast 40.000 Subs später... Subscribe das Ding. So, wie viele andere Arma-Fans warte ich natürlich sehnsüchtig auf Arma 4. Und es gibt endlich Licht am Ende des Tunnels. Zum einen haben die Entwickler jetzt endlich angekündigt und auch offiziell bestätigt, dass sie an Arma 4 arbeiten. Zum zweiten gibt es jetzt ein Early-Access-Arma-Projekt und das Ganze läuft auch bereits schon auf der neuen Engine. Das primäre Ziel von diesem Early-Access-Produkt ist es, für Arma 4 die Engine zu testen und mit der Community zusammen auch bereits Mods zu entwickeln, die dann später auch auf Arma 4 laufen können. Es ist also der erste Schritt zu Arma 4. Falls ihr Arma nicht so gut kennt, Arma ist absolut legendär dafür. Wie Kotze zu laufen, selbst etliche Rechner-Generationen später hat man unendlich viele Performance-Probleme. Es ist einfach nicht mehr als 25 bis 30 FPS drin, wenn der Server voll ist. Und das ist völlig egal, was für einen Rechner man hat. Weil irgendwie alles an die Netzwerkverbindung gekoppelt ist. Leider betrifft das Ganze natürlich auch sämtliche der sehr, sehr guten Mods, die es für Arma 3 gab. Nur ein Beispiel zu nennen, es ist in Arma absolut keine Seltenheit, an einer einzelnen Treppenstufe nicht nur sich einfach nur das Bein zu brechen, sondern mit Chance sogar einfach direkt zu verrecken. Und deswegen kommt Arma 4 auch auf eine andere Engine. Und diese Engine benutzt jetzt auch das neue Projekt Arma Reforger. Das ist natürlich noch kein Arma 4 und das ist auch kein finales Produkt. Dieses neue Arma-Projekt ist definitiv nichts für jedermann. Und ich habe bei Steam relativ viele Kommentare gelesen, die sich darüber beschwert haben, dass sie die Community jetzt einfach sozusagen missbrauchen wollen, um ihr Spiel zu perfektionieren oder fertig zu machen. Natürlich kann man verstehen, woher diese Gedanken vielleicht kommen. Auf der anderen Seite ist ein Spiel wie Arma definitiv ein Spiel, was für und mit der Community gemacht wird und eine sehr aktive und große Mod-Fanbase hat und natürlich auch eine große Modding-Szene an sich. Das Beste daran ist, dass Mods, die jetzt für dieses Arma Reforger gemacht werden, auch später automatisch kompatibel mit Arma 4 sein werden. Das heißt, es wird dann relativ schnell und leicht sein, bereits etablierte Mods für Arma 4 sofort an den Start zu bringen. Und das sind natürlich für Mod-Fans so oder so sehr gute Nachrichten. Ein paar von den Informationen, die ich habe, sind noch so ein bisschen Hörensagen. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, das alles hundertprozentig zu confirm. Von daher bitte mit einer Prise Salz genießen und gegebenenfalls auch in die Kommentare schreiben, wenn ich irgendwas vielleicht nicht richtig wiedergegeben habe. Aber so wie ich es verstanden habe, bekommt die Community zum Modden exakt die gleichen Tools, die auch die Entwickler selbst benutzen. Das heißt, man hat alle Möglichkeiten, die die Entwickler selbst auch haben und keinerlei Limitierung. Außerdem habe ich so verstanden, dass man 3D-Modelle aus dem 3D-Programm Blender instant sozusagen ins Spiel übernehmen und importieren kann. Das ist natürlich sehr wahrscheinlich eine riesige Arbeitserleichterung. Und Blender wird relativ viel benutzt, glaubt es oder nicht? Das Intro in dem Video von vor sieben Jahren, wo der Eddie Reimers Name reingeflogen kommt, war kein Template, auch wenn es aussieht wie eins. Ich habe nur für diesen Schriftzug zwei Wochen lang Blender gelernt, um einen 3D-Schriftzug zu machen und den ein bisschen einzigartig hinzukriegen. Und am Ende war es dann einfach so ein völlig standardmäßiges 3D-Intro, was man mit irgendeinem gammeligen Template wahrscheinlich hätte machen können. Und viele Leute haben auch gedacht, dass es eins war. Nein, war es wirklich nicht. Es war ein Blender. Von daher kenne ich das Programm. Und wenn man aus dem Programm die 3D-Assets direkt ins Spiel importieren kann, das stelle ich mir auf jeden Fall für gerade Model-Designer, für Mods oder so sehr, sehr, sehr nice vor. Und gute Nachrichten für die Konsolen-Fans. Man kann zwar auf der Konsole logischerweise keine Mods programmieren, aber das Spiel bekommt ein Mod-Interface. Was bedeutet das? Auch Konsolen-Fans einfach Mod-Support bekommen. Und das ist natürlich etwas, was nur funktioniert, wenn das Spiel das nativ schon unterstützt. Und das wird hier der Fall sein. Es gibt auch schon jetzt ein paar Standard-Mods, die das Spiel mitbringt. Unter anderem auch einen Modus, wo ein Spieler aktiv Live-Missionen kreieren kann, für Spieler, die in dem Moment gerade spielen. Ein ähnliches Feature gab es in Arma 3 auch schon. Ich glaube, das nannte sich Zeus. Wenn man Arma Reforger ausprobiert, merkt man eins ganz schnell. Es ist definitiv immer noch ein Arma und es ist definitiv noch ein sehr frühes Produkt. Wer hier also ein super smoothes Game erwartet, den kann ich sofort vom Kauf abraten. Würde ich an eurer Stelle lassen. Ich würde sowieso aktuell vielleicht nicht unbedingt empfehlen, es zu kaufen, außer man spielt sowieso gerne Arma und weiß, worauf man sich einlässt. Wir haben jetzt gestern mal so zwei, drei Stunden reingespielt und als allerersten Eindruck kann ich schon zwei, drei Sachen sagen. Was mir beim Spielen sofort aufgefallen ist, ist, die Performance ist deutlich besser. Das heißt, selbst mit der neueren, besseren Grafik läuft es flüssiger als Arma 3. Tatsächlich auch gut spielbar. Leider hat das Spiel irgendwelche Mausglättungsmechaniken drin, die ich vermute verhindern sollen, dass man sich zu schnell umdreht. Das Ganze hat aber keine Geschwindigkeitsbegrenzung, sondern wird auch nur anhand der Mausgeschwindigkeit gemessen. Und das bedeutet, wenn man ein Low-Sense-Spieler wie ich ist, dann muss man sich sehr langsam und vorsichtig umdrehen, weil wenn man sich zu schnell dreht, dann wird es einfach so langsam, dass man sich quasi nicht mehr wirklich umguckt. Ist ein bisschen schwierig zu erklären. Es ist auf jeden Fall turbo-nervig, macht also nicht viel Spaß. Man muss sich da wirklich erst mal dran gewöhnen, wirklich jede Bewegung langsam und gemütlich zu machen und halt eben sich nicht schnell und panisch umzudrehen. Man braucht so ein schnelles Flickschotten in Arma Games sowieso nicht. Trotzdem fühlt es sich unnötig kompliziert und dumm an. Und es war auch in Arma 3 nicht so und es ist auch in den Mods nicht so. Und von daher hoffe ich, dass da noch eine Option kommt, das abzuschalten. Habe ich bisher jedenfalls keine gefunden. In alten Arma Games sind zum Beispiel auch Fahrzeuge eine absolute Hassliebe. Es macht zwar Spaß, mit dem Fahrzeug durch die Gegend zu fahren, aber auch da eine kleine Bodenwelle und es kann sein, dass man abhebt und einfach explodiert. Es kann sein, dass man an irgendeinem Busch explodiert oder sonst was. Diese Probleme gibt es im neuen Arma tatsächlich ganz offensichtlich nicht mehr oder zumindest lange nicht mehr so heftig. Wir sind mit dem Jeep sogar einen Berg runtergefahren, also einen richtigen, hügeligen Berg. Man kann sich mit den Autos überschlagen. Man kann regelrecht driften. Es ist definitiv in jeder Hinsicht ein Upgrade zu alten Arma-Titeln. Ob es jetzt am Ende dann wirklich ein super rundes und perfektes Erlebnis wird, das kann man jetzt natürlich unmöglich sagen. Für mich als Arma-Fan ist es auf jeden Fall schon mal sehr geil zu wissen, dass ein neues Arma-Projekt existiert. Ich muss sagen, es macht schon mal einen sehr guten Eindruck für den Anfang. Sicherlich wird es dazu auch ein bisschen Gameplay-Content hier geben. Mal gucken, was eure Meinung dazu ist. Am Anfang ist es wahrscheinlich doch eher ein bisschen mehr so für die Memes. Ich habe das Gefühl, so richtig ernsthaft kann man das jetzt noch nicht spielen. Ich selbst muss aber auch sagen, mein Interesse gilt auch eher weniger dem typischen Vanilla-Arma, was ich sowieso so gut wie nie gespielt habe. Denn ich bin bei Arma ein absoluter Mod-Spieler. Und ich hoffe einfach, dass schon bald neue Mods für die neue Engine in Arma Reforger verfügbar sein werden, an denen man sich dann quasi mit Feedback an der Entwicklung beteiligen kann und ich endlich wieder Mods zocken kann in Arma ohne die typischen Arma-Probleme. Und danach sieht es auf jeden Fall aus, als ob das deutlich schneller möglich wäre, als ich gedacht hätte. Auch wenn Arma 4 an sich natürlich jetzt noch ganz weit in der Zukunft liegt. Ich bin gespannt, welche Möglichkeiten Modder jetzt aus diesem Projekt rausziehen können. Ich hoffe, das Video war für euch interessant. Die erste Gameplay-Session werde ich nochmal ein bisschen schneiden und euch auch hochladen. Also haltet die Augen dafür offen. Und ich bin gespannt, wie das Projekt aufgefasst wird. Ich kann verstehen, wenn es Leute gibt, die sagen, das ist mir in Early Access viel zu buggy oder das spielt sich einfach zu scheiße oder das ist einfach, fühlt sich nicht richtig wie ein Shooter an. Das sind alles valide Punkte. Aber für mich persönlich hat es halt alte Erinnerungen wachgerufen. Und ich habe einfach mal wieder festgestellt, dass ich seit über sieben Jahren Videos hochlade. Und das ist eine gute Gelegenheit, wieder mal zu etwas zurückzukehren, was man tatsächlich so ein bisschen als Wurzeln des Kanals betiteln kann. Ich danke euch, dass ihr euch das Video angeguckt habt. Lass mir gerne noch einen Kommentar und ein Like da. Viel Spaß. Tschüss.